Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem brandneuen Unboxing Video von mir. Heute stelle ich euch die neue Box von Juri vor, Glatterns aus Favelas. Die es seit gestern überall zu streamen und zu kaufen gibt. Und ja, ich würde sagen, ich mache jetzt mal die Folie ab. So sieht die Box von außen aus. Bikini Bottom Mafia, Glatterns aus Favelas. So von der Seite. Hier oben mit Chapter One. Hier auch nochmal Juri Glatterns aus Favelas. Dann machen wir das gute Stück mal auf. Kommen wir erstmal zu den Instrumentals. So sieht das gute Stück aus. Ich mache die Folie mal drum weg. 13 Instrumentals. So sieht die CD aus. Schlicht gehalten. Aber gut gemacht. Dann kommen wir jetzt zu der EP. BBM Champions League Vol. 1. Ich würde mal sagen, da kommt dann auch noch Vol. 2 dazu. Demnächst. Oder bei seinem nächsten Album. 7 Tracks sind drauf. So sieht das von hinten aus. Und da haben wir das gute Stück, das Album. Erstmal die Folie weg hier. 13 Tracks. Geiles Cover, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. So sieht die CD von innen aus. Hol ich sie mal raus für euch. Da ist das gute Stück. Brabdance aus Favelas. Hol ich mal das Booklet für euch raus. Sehr schicke Bilder, muss ich sagen. Sehr gut gemacht. Hochwertig verarbeitet. Top Qualität. Nice Bilder geworden. BBM ist die Gang. Das war das Booklet. Kommen wir zu den Stickern. Bikini Bottom Mafia Sticker. Schwarz gehalten, weiß gehalten. Juri Brattance aus Favelas. BBM ist die Gang Sticker. BBM Bikini Bottom Sticker. Und hier haben wir ein sehr nices Look Book. Look Book. Ja, so war richtig. Jetzt zeige ich euch die schicken Bilder auch nochmal hier drin. Sehr schick gemacht. Gute Quali. Sehr schöne Bilder geworden. Kommen wir jetzt zu dem Poster. Was beidseitig bedruckt ist. Lege ich die Box erstmal ein bisschen zur Seite. Einmal von vorne. So sieht das von hinten aus. Ne, von vorne. Auf der Seite. Kommen wir zu der Rückseite. Auch sehr nice gemacht. Schickes Poster muss ich sagen. Das hänge ich mir, denke ich mal, sehr wahrscheinlich auch später. Ein sehr schönes Poster. Kommen wir jetzt zu dem legendären Trikot. Man fühlt schon, dass es eine richtig krasse, gute Verarbeitung ist. So sieht das von hinten aus. Jury Nummer 7. Mit dem BBM Zeichen hier unten drauf. Ich zeige euch mal die Naht, damit ihr auch seht, dass es sehr gut verarbeitet ist. Sehr hochwertig. Camouflage an der Seite. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Hier auch mit einer 7 an der Seite. Von hinten. Steht nochmal Bikini Bottom. Mafia. Von innen auch nochmal BBM. Größe L. Zeige ich euch das mal von vorne. Favelas. BBM Bikini Bottom Mafia. Hier mit dem Logo. Gute Verarbeitung. Gefällt mir sehr gut. Hier unten auch nochmal mit BBM. Qualität sehr hochwertig verarbeitet. Kann ich nur sagen. Und ja, Grüße gehen raus an Jury und seine Gang San Diego. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg mit dem Album. Gönnt euch das, supportet die Leute und kauft es euch einfach. Das war es mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.